Wir haben unsere gesamte Produktreihe an Selbstschlussarmaturen für Hinterwandmontage neu gestaltet, um noch modernere, ästhetischere und vor allem vandalismushemmendere Produkte anbieten zu können. Diese Installationsart findet man hauptsächlich in Bereichen mit hohem Vandalismusrisiko, wie beispielsweise in Justizvollzugsanstalten, auf manchen Autobahnraststätten, in einigen Schulen und Hochschulen. Ziel ist es, dem Nutzer den Zugang zu Funktionsteilen zu verwehren, indem die Armaturen in einem Versorgungsraum hinter der Wand installiert werden. In eben diesem Versorgungsraum werden alle Wartungsarbeiten durchgeführt, um die Sicherheit des Wartungspersonals zu gewährleisten und die Arbeit zu erleichtern. Wir haben uns auch dafür entschieden, die Produktreihe zu vervollständigen, um die Ausstattung eines kompletten Sanitärbereichs zu ermöglichen. Deshalb haben wir Armaturen für Waschtisch, Dusche, Urinal und WC. Die Wahl eines sehr modernen, sehr diskreten Designs ermöglicht es, trotz der Tatsache, dass wir uns im Sicherheitsbereich befinden, eine ästhetische Atmosphäre zu schaffen. Die Gewindestange der Bestätigung ist vollständig zuschneidbar, sodass Sie sie an unterschiedliche Wandstärken anpassen können. Sie besteht aus Aluminium, einem sehr widerstandsfähigen Material, welches man vor allem bei Bootsmasten, Tragflächen von Flugzeugen und so weiter findet. Es gibt auch einen suizidhemmenden und komplett flächenbündigen Betätigungsknopf, um jegliches Risiko des Erhängens zu vermeiden, immer mit dem Gedanken, Nutzersicherheit zu garantieren. Diese Armaturen sind mit einer Antiblockiersicherheit ausgestattet, was bedeutet, dass der Wasserfluss nur dann erfolgt, wenn der Knopf losgelassen wird, um Wasserverschwendung und Missbrauch zu meiden, wohlwissend, dass es sich hierbei um Selbstschlussarmaturen handelt, die automatisch nach einer gewissen Laufzeit schließen.